moin moin leute und herzlich willkommen hier zu einer kleinen runde wars hunter hingest bestimmt zehn bis 20 minuten in der watterschleife und jetzt ist es eigentlich soweit wir spielen und den ersten reservefugzeug seit extrem langer zeit alles klar muss mal kurz entscheiden einstellung und gesamt muss ich mal unbedingt ein ticken leiser machen und ist es immer noch viel zu laut wenn schlecht es ist extrem laut lol da wurde ich raus geschossen ich bin immer noch nicht zufrieden ich muss mal eben kurz noch mal lass mich doch jetzt mal eben denn die einstellung gesamt ist das schon so leise what the fuck die kürze 7 1 gesamt und der motor eigenen motor schuss und sprecher kann ruhig etwas lauter fortsetzen ich hoffe jetzt ist das nicht mehr so extrem laut sorry ist wie gesagt seit einer sehr langen zeit überhaupt mal wieder eine aufnahme also ein video was ich aufnehme auch hinter mir ist jemand double schlag Ich bin richtig schlecht. Ja, ich hab ihn gerammt. Das bin ich für ein Noob, ey. Wir verlieren eh. Wir verlieren eh. Ich hab hier aber jetzt so lange in der Warteschleife. Und jetzt sieht es einfach jetzt schon direkt aus, dass wir verlieren. Tschüss. Ich bin mega schlecht. Platz 2. In dieser Runde. In dieser Runde. In dieser Runde. In dieser Runde. Ich werde beschossen. Ja, und manchmal hat es verloren, auf jeden Fall. Und da haben wir leider verloren. Ich bin trotzdem Zweiter von meinem Team. Und ich würde mal sagen, die Runde war mega kurz, ich war auch mega schlecht. Die Runde ist verloren. Und ich lade sie trotzdem hoch. Gewinn, also verlieren gehört auch mit dazu zum Gewinn. Ohne Gewinn kann man nicht verlieren. Ohne Verlieren kann man nicht gewinnen. Ich drücke jetzt erstmal zurück in die nächste Schlacht. Und ich verabschiede mich hier von der ersten Folge seit einer sehr langen Zeit mal wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschö mit Ö.